Ja, ja. Und der dicke Bauch, gell? Ja, von wegen geschickt. Boah, jetzt auch! Und beim Reiten kann der so ein Hund sein. Der kriegt seinen Arsch nicht vorhanden, gell? Aber wenn die dann das macht, dann geht er so richtig. Aber oft schlürzt der ja mehr so. Ja, aber sonst hätte er eher Schuhlau. Der ist halt so. Aber die bewegen sich ja gar nicht, gell? Nein. Das ist einfach die chillige Ecke. Der riecht drei, ne? Ja, genau. Genau. Ja, jetzt hast du Spanier aufgenommen. Zwei Stunden. Die wird schon ein bisschen gemeiner, wenn ich die Fernsteuerung helfe. Aber zwei Stunden. Weil... Ich hab jetzt... Ja, Becky, so fahr! Die sprenkt die ganzen Säckseln am Handy. Aber nicht galoppieren können. Ja, genau. Ja, genau. Ja, weil jetzt ist die Drohne auf der anderen Seite. Ja, weil jetzt ist die Drohne auf der anderen Seite. Es wäre ja auch eine Giftgas. Die rennt ja normal um, ja. Ah, jetzt. Smoky aufgewacht. Da muss die Drohne erst mal, dass da kommt. Schau mal. Ja, weil Erik meint. Und Sally auch. Sally auch, ja. Aber Sally ist ja heute schon galoppiert. Sie ist gleich rausgaloppiert heute. Da hast du gemeint, dass du die Bande hast, dass sie wieder rausgaloppiert. Ja, ja. Juhu! Hast du jetzt die Kamera auf der anderen Seite? Ja! Ja! Piratiert gerne die Drohne. Ja, das wäre super spaßig. Aber jetzt werden sie schon chilliger, gell? Genau. Na, meine Handcheck? Der Galoppiti locker lässt, gell? Ja. Ja. Da gab es dir gut. Hallo! Musik 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 Vielen Dank.